Becher in der Hand und mein Ohr an der Borg. Hast du ein Fisch? Alter, gebt euch den K***! Yo, Digi, also der ist riesig. Also der kämpft richtig gut. Ich lass die Rude wieder hängen in der... Ich bin am Sand. Heute bombe ich an den Haken eine Tiger-Gamba. Wenn ich's weiß, schmeiß ich einfach Dynamit am Sand schlagen. Ich bin dein Lieblingsangler. Hey, dein Lieblingsangler. Und es geht los auf die Spur. Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Damen und Herren. Friends and Friendinnen, frisch verliebten, jung gebliebenen. Angelboys und Angelgirls. Wir sind auf dem Weg in die größte Markthalle Mallorcas. Und zwar in den Mercado S. Oliva. Ja, Lulu und ich fahren jetzt in die große Fischhalle. Es geht los. Gipi! Yeah! Meine Lieben, wir sitzen hier in Palma vor dem Mercado El Oliva, der größten Markthalle in Mallorca. Und jetzt gehen wir gleich da rein und zeigen euch die große Fischhalle. Es wird wunderbar und wunderschön. Es ist ein toller Tag. Ich bin heute ausgestattet mit einem Mikrofon. Lulu, wie geht es dir? Alles gut, danke. Sehr gut? Ja, super. Wirklich? Jetzt, ja. Alles gut. Jetzt aber rein in die Halle. Wir suchen als allererstes natürlich die Fischhalle. Gell, Lulu? Ja. Auf unserem Weg in die Fischhalle kamen wir allerdings an sehr interessanten Sachen vorbei, die wir euch jetzt mal zeigen werden. Ein schöner Schafskäse. Und da gibt sie die Oliven mit Muscheln gefüllt. Etwas ganz Besonderes. Oliven mit Muscheln gefüllt. Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn, oder? Ja. Darf ich dich was fragen? Bitte. Kennst du den Lieblingsangler? Den Lieblingsangler von dir? Das bin ich. Aha. Nein, kenne ich nicht. Das musst du dir angucken bei YouTube. Ah, okay. Und dann unbedingt dein Abonnement dalassen oder ein Algo-Kommi. Ah, okay. Wo finde ich dich? Bei YouTube. Ah, okay. Alles klar. Mein Lieber, ich wünsche... Ich sage meinen Kindern Bescheid. Sehr gut. Ich wünsche dir den schönsten Tag der ganzen Welt. Danke, euch auch. Ciao. Ciao. Jetzt langsam kommen wir zur Fischhalle, glaube ich. Nein, falsch gedacht, Maik. Erstmal kamen wir an ganz verrückten, gegrillten Sachen vorbei. Und zwar sind es nicht nur Brathähnchen, sondern hier gibt es auch den weltberühmten Brathase. Da liegt er. Ja. Da liegt er, der Brathase. Habe ich so auch noch nicht gesehen, aber es sieht gut aus. Ciao. 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 Ganz wenige Meter neben dem Brathäschenstand gab es dann Folgendes noch zu kaufen. Und hier haben wir wieder Brathäschen. Schon ein bisschen brutal mit den Brathasen. Was wollen wir machen? Kommen wir so langsam in die Fischhalle. Der Markt ist in verschiedene Hallen aufgeteilt und jetzt sind wir hier in der Fischhalle. Und hier gibt es alles Mögliche an frischen, leckeren Fischen. Da sind sie, die guten, leckeren, roten Drachenköpfe. Der Drachenkopf lebt in Tiefen bis 500 Metern, wird bis zu 5 Kilogramm schwer und lauert unter Wasser auf Fische, die er schlagartig einsaugt. Er trägt giftige Stacheln an den Flossen, die ein starkes Nervengift enthalten. Sieh ihr das? Ein Konga-Aal. Und der krasse Seeteufel. Wow. Es gibt übrigens auch Seeteufel bei uns hier im Mittelmeer. Ja, allerdings fängt man sie eigentlich nur vom Boot aus. Es ist mein Traumfisch. Einmal in meinem Leben will ich so einen Seeteufel fangen. Und hier seht ihr es. Grappe, also Seeteufel in Mallorca gefangen. Wunderschöner Fisch. Seeteufel halten sich in Tiefen von 20 bis 1000 Meter auf, können bis zu 2 Meter und über 50 Kilogramm schwer werden. Auch sie saugen ihre Beutefische mit ihren riesigen Mäulern ein. Allerdings loggen sie diese mit ihrer Lockangel, die aus dem ersten Strahl der Rückenflosse geformt ist, ganz gezielt an. Und jetzt würde ich sagen, wir rappen mal eine Runde. Ich wär kein Rapper, da mach ich halt Funmusik, mit nem Mann neben mir, der eine Klampfe liebt. Ich find es klasse, ja mein Zeit ist bald beliebt, denn es weiß hier, dass Girl an ich pump den Beat. Ja, und du fühlst, dass es real ist, es ist mein Ding, denn ich weiß, so klingt nicht vieles. Becher in der Hand und mein Ohr an der Box, ich und der Beat, alle nicken mit dem Kopf. Gebt euch am Abend, Mittag oder Morgen, in Discos, in Pubs, überall knallen die Korken. Und wenn der Rage mit dem Bass kommt, werden alle nass, rein in die Kehlen, mit dem Bein aus dem Pass. Keiner kann mich mehr fronten, denn mein Beat pumpt alle Stahl, hat weg wie Splitterbomben. Und Schweizer Gonten werden dann gefüllt, trotzdem will ich in meinem Holiday niemals nach Sylt. Und den Beat, wie du dich dann bewegst, zeigt mir sofort, dass du das Ding verstehst. Und den Beat, so cool Eisblut für frieren, in dem Gesang kann man sich schnell verlieren. Und den Beat, so erfrüchten du schlaust, trotzdem ist es heiß und alle Girls ziehen sich aus. Und den Beat, wieder hat er es geschafft. Duration zieht sein Ding durch, alles in Bad Schlau. Hier ist etwas ganz Interessantes, etwas ganz Besonderes. Und zwar sind das kleine Fische, die nicht größer werden. Ganz viele kommen immer zu mir und sagen, hier gibt es Glashaller. Aber das sind keine Glashaller, sondern das sind kleine Fische, die einfach nicht größer werden. Und man tut sie so essen. Meine Lieben, wir sind sichtlich heiter wieder aus der Markthalle draußen. Das war ja total crazy. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt auf den Weg und dann wird auch geangelt. Dann gibt es hoffentlich noch mehr Fisch. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin schon mal Spaß gemacht. Es geht jetzt los. Alter, 5 Euro, das ist doch Stahl-Dieb. Ich bin dein Lieblingsangler. Die Fische lieben mich. Ich bin dein Lieblingsangler. Hey, dein Lieblingsangler. Good morning, friends and friendinnen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr seid glücklich, zufrieden und happy. Ich befinde mich auf dem Weg zu einem Angelwettbewerb. Nach Porto Cristo fahre ich jetzt. Da ist mein Kumpel Robert. Der wollte unbedingt, dass ich mitkomme. Also habe ich gesagt, komm, ich ringe mich mal ins Auto und fahre mit. Wir haben 7.13 Uhr. Jetzt geht es los. Und dann wird geangelt. Was wir heute angeln, seht ihr gleich. Es wird auf jeden Fall bestimmt eine wunderschöne Sache und ich freue mich sehr. Viele Grüßes. So, mein Lieben, angekommen. Da unten sieht man schon das Wasser. Da packe ich mal, schnappe mein Zeug und hoffe, dass der Robert mich abholt. Was habe ich natürlich vergessen? Eine Jacke. Das ist schon mal ein bisschen halbgeil. Dafür habe ich Wasser dabei und Essen. So, alles zu. Und los geht die Fahrt, meine Lieben. Jetzt gehe ich mal hier ohne Abschicken. Oh, ist ein herrlicher Hafen. Oh, da können wir schon angefahren. Wo war die alte stinkende Pupskanone. Guten Morgen, Mann lieber. Guten Morgen. Wie geht es dir? Fine, fine, fine. Ah, sunny. Fine. Das hier sind anscheinend unsere gegnerischen Angelmannschaften. Mir ist sowas hier alles komplett egal. Wettbewerb oder nicht. Ja. Aber Robert ist ein verbissener Angelknochen. Ja. Er will gewinnen. Wir müssen. Ich will nur einen Fisch haben. Hier, hier ist das. Kannst du aussteigen? Warte, ich war jetzt mal kurz vor vorne. Hier war gerade kurzzeitig gemütlich geworden. Ja, wir müssen wir hinten ein Zeug rausholen noch. Okidoki. Ha. Wollen wir mal. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt mit Robert rauszufahren, aber er hat gesagt, er hat Rennungswesten dabei. Naja, sind ein paar auf dem Boot. Buenos Dias. Buenos Dias. Muy bien, vosotros. Muy bien. Das Böntchen von Robert. Geiles Teil. Und damit fahren wir jetzt raus. Wir machen alles ready und dann geht es auch schon los. Wir fangen dicke, fette Fische. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Es wird crazy, oder? Ja. Ja. Habt ihr das Horn gehört, mein Lieben? Es geht los. Jetzt wird hier geangelt. Und natürlich, irgendeiner wird auch gewinnen. Ob wir das sind, das wissen wir noch nicht. Das ist mir auch relativ egal. Ich hätte nur gerne einen leckeren Fisch, den später zu essen. Also wir sind angekommen am Angelplatz und hier gibt es anscheinend viel Fisch. Ich habe natürlich wieder nur die Hälfte dabei von allen guten Sachen, denn ich habe es nur auf Cabroche abgesehen. Also ich würde sagen, wir lassen jetzt einfach mal runter und dann checken wir mal die Lage, was hier so abgeht. Robert kämpft noch mit dem Motor. Und dann ging es Schlag auf Schlag. Ich hatte meine Angel noch nicht einmal im Wasser, da waren bei den anderen beiden die Angeln schon total krumm. Aber seht selbst. Dann machen wir mal hier unseren schönen Gummipulpo mit Blei fertig. Und hoffentlich fange ich einen schönen Cabroche. Den will ich damit fangen. Dann machen wir noch einen schönen Kalamad ran. Herrlichkeit. Hast du Elastikband gerade zur Hand? Das wäre so nett, mein Lieber. Danke. Jetzt checkt Robbers Angel. Hast du einen Fisch? Das ist eine Gorda. Boah, Robert hat schon wieder ein dickes Ding dran. Nach dem Kalamad musste ich mir die Hände waschen. Als ich hochkam, war bei Andrea die Angel auch krumm. Unvorstellbar. Da, da ist die Angel krumm. Beim Robert ist die Angel krumm. Ich habe mir nicht immer die Angel drin. Oh, cool. Was ein Kaprotch, Alter. Juhu, rüber. Oh, ein kleiner Denton. Alter. Starr. Der Starr. Was ein krasser Starr. Der Denton war zu klein. Deshalb wurde er liebevoll zurückgesetzt. Aber nun wollte ich auch einen Fisch fangen. Also angelten wir weiter. Also Mann, jetzt lass mich hier mal runter. 41 Meter Tiefe und runter geht das. Gesagt, getan. Angel wird runtergelassen. Und auch bei mir sollte es nicht lange dauern. Ich weiß noch nicht, was es ist, aber es ist ein guter Fisch. Dass es ein Kaprotch ist, ist es ein guter Kaprotch. Und da gehen wir doch mal von aus. Juhu. Alter. Da kommt er. Oh, ein Kaprotch. Was ein Monster. Alter. Juhu. Wow. Alter, gebt euch den Kaprotch. Juhu. Junge. Das ist mal ein richtiger, schöner Kaprotch, Mann. Ein richtig guter Kaprotch. Alter, ist das geil. Es gibt Fisch zu essen, meine Lieben. Herrliche Schüssel. Was ein toller Fisch. Juhu. Zieht euch diesen Fisch rein, meine Lieben. Einfach nur ein brutaler Fisch. Kann man nichts anderes zu sagen. Wunderschön, super lecker. Einfach nur ein geiler Fisch. Herrlich. Juhu. Was ein Brett. Junge. Brutal. Zwei dicke, fette Kaprotchs liegen im Eimer. Wunderschöne Fische. Die Armen. Aber sie schmecken halt einfach zu herrlich. Der Denton durfte wieder schwimmen, der war einfach zu klein. Das ist auch gut, wenn man so einen Fisch dann zurücksitzt. Einfach, dass er größer wird. Jetzt haben wir wieder runtergelassen. Und plombe hier einfach auf dem Grund herum. Wenn sich etwas tut, dann zeigen wir euch das selbstverständlich. Anders als ich, Angel Trober mit Seitenarm und kleinen Haken. Er fängt wunderschöne Fische. Zieht euch die Fische rein, die jetzt kommen. Ein Gros, oder? Jo, Diggi. Also der ist riesig. Also der kämpft richtig gut. Geh doch in die Bremse. Mal gucken. Mal gucken. Hoffe ich doch, wenn es ein Denton ist, dass die Schnur heilt. Weil das ist jetzt 25er. Das wird knapp. Boah. Boah. Boimbal. Alter Schwede. Schöne Fischchen. Was ein wunderschöner Fisch, meine Lieben. Guckt euch die blauen Punkte an. Der ist ein herrlicher Fisch. Wunderschön. Wow. Robert, wunderschöner Fisch. Da haben wir eine wunderschöne Kantera. Wunderschöner Fisch. Ja. Zieht ihn euch rein. Einfach mal. Nächster Biss. Nächster Fisch. Das bringt uns zum Gewinn heute, schätze ich mal. Hoffe ich doch. Darfst du hier gewinnen? Kann gut sein, ein kleiner Serranibor. So, meine Lieben. Jetzt wird hier hochgeholt. Wir mahnen uns jetzt rein in den Hafen. Und dann bin ich echt mal gespannt, was die anderen Leute gefangen haben. Ich bin froh, dass ich einen schönen Kaprotsch gefangen habe. Das wird super schmecken. Lüllo freut sich schon. Ich habe nur einen Fisch gefangen. Die anderen haben mehrere kleine Fische gefangen. Aber ich bin happy, glücklich und zufrieden. Und es war einfach ein toller Tag. Und jetzt fahren wir rein in den Hafen, meine Lieben. Ahoi. Um 12 Uhr müssen wir im Hafen sein. Und es ist genau 11.56 Uhr und 4 Sekunden. Wir schaffen das. Es sind nur noch wenige Meter. Ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh, ich bin froh. Also, wir sind angekommen. Jetzt geht es zur Barge, glaube ich. Ich bin ja mal gespannt. Nun machten wir uns auf den Weg zur Barge. Wir begegneten lauter Anglern mit Eimern. Wow. Das wird der Gewinner sein, meine Lieben. Das sieht aus, als wenn das der Gewinner ist. Würde ich jetzt mal behaupten. Die Fische hat er im Supermarkt gekauft. Doch aus Eimer wurden Kisten. Also, ihr seht, so wie das hier aussieht. Das ist die Wiegestation. Es sind einige Menschen am Start. Hier wird jetzt gleich gewogen. Und dann sehen wir, wer der Gewinner ist. Elf Kilogramm. Elf Kilogramm Fisch. Robert wollte gewinnen. Ich glaube, das wird heute nichts. Es waren ganz schön viele Leute da. Jetzt waren wir an der Reihe, unsere Fische zu wiegen. Wir sind auf jeden Fall auf den letzten Plätzen. 2,9 Kilo. Und Applaus. Hey. Super. Hey. Aber was sagst du zum Contest? Wie war das? Ich fand ihn super. Ich fand ihn super. Super Contest. Leute, super nett. Super witzig. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. War eine super coole Erfahrung. Muss man dazu sagen. Und jetzt habe ich gehört, gibt es da nach einem Abschlussessen. Da freue ich mich schon ganz speziell drauf. Ich bin dein Lieblingsangler. Die Fische lieben mich. Ich bin dein Lieblingsangler. Hey, dein Lieblingsangler. Ich hoffe, es hat euch richtig gut gefallen. Kommentiert, liked und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und was es jetzt zu essen gibt, das kriegt ihr natürlich noch präsentiert. Yeah. Ich habe eine gute Portion bekommen, meine Liebe. Es ist einfach nur eine Wohltat. Que aproveche. Bis du bist einwandfrei. Damit überabschieden wir uns. Macht's gut, mein Lieben. Ahoi, ciao und einen schönen Tag. Tschüssi. Ciao, Italia. Ciao. Tschüss. Tschüss. Meine lieben und liebenden, frisch verliebten, jung gebliebenen, gut aussehenden Friends and Friendinnen. Ich habe ein Geschenk für euch. Und zwar habe ich mir Folgendes überlegt. Ganz viele Menschen fragen mich immer, wie angelt man am Mittelmeer? Wo angelt man? Wann angelt man? Und so weiter und so fort. Da viele Fragen mich nicht erreichen, habe ich gedacht, ich mache ein E-Book, eine kostenlose Online-Zeitung sozusagen, mit den Top 5 Geheimnissen für erfolgreiches Christenangeln. Ja, das habe ich gemacht. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Es ist kostenlos. Ihr werdet es bestimmt abfeiern. Und es wird euch sicherlich den ein oder anderen Mittelmeer-Räuber bescheren, den ihr sonst nicht gefangen hättet. Viel Spaß dabei. Ahoi, mein Lieben.